Ich bin ein Ämmo, ich bin ein Ämmo, ein Ämmo. Hey, Alter, bist du ein Ämmo? Woher weißt du das? Naja, das steht auf deinem Banner. Ach so. Außerdem stand ich die ganze Zeit neben dir. Ich bin ein Ämmo, ein Ämmo. Wieso bist du ein Ämmo? Ich bin sehr sensibel. Wie meinst du das? Hier, ich habe diese Ente gemalt und wir sind ganz gute Freunde mit ihr geworden. Hä? Und was ist passiert? Sie ist gestorben. Ist das nicht traurig? Hey, komm. Lass uns Freunde sein. Bist du auch ein Ämmo? Nein, ich bin ein Basketballspieler. Warum? Ähm, ich bin dumm Bass Ball. Basketball. Ähm, Spieler. Außerdem wollte ich schon immer diese Tricks drauf haben. Huu. Mist! Mist! Ich hab ihn umgebracht! Er ist wirklich tot! Scheiße! Mist! Ich bin doch auf Bewährung! Und eigentlich kein richtiger Basketballer! Und ich bin auch kein richtiger Ermo! Ich war nie auf der Hauptschule! Ich war nicht auf der Hauptschule! Ich bin der Emo! Untertitelung des ZDF, 2020